Hallo Leute, willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Die Makershow wird sich leider um eine Woche verzögern, da ich einfach privat sehr viel zu tun habe im Moment, aber keine Sorge. Es wird sich auch noch ein bisschen was ändern an diesem Kanal selbst. Das heißt, bisher ist man sich ja gewohnt, dass die Makershow alle zwei Wochen kommt. Das wird auch so bleiben, keine Sorge. Aber es kommt jetzt auch dazwischen immer was, nämlich, vielleicht kennt ihr das sogar noch von meinem Kanal, also von Chris Blue. Ich hatte immer die Indie-Empfehlung der Woche, jede Woche eben veröffentlicht auf meinem Kanal. Und das wird jetzt hier auf diesen Kanal Einzug halten, sprich auch im Abstand von zwei Wochen. Das heißt, das wird jetzt in Zukunft so sein, eine Woche Indie-Empfehlung, eine Woche Makershow, eine Woche Indie-Empfehlung, eine Woche Makershow. Sodass hier praktisch immer wöchentlich ein Video kommt auf jeden Fall. Ja, das ist so das Ziel. Und wie gesagt, die Makershow wird sich um eine Woche verzögern. Zwischenzeitlich wird noch ein Review veröffentlicht werden. Das wird demnächst hochgeladen. Müsst ihr mal schauen, so die nächsten Tage wird wahrscheinlich nicht jeden interessieren, dass es sich um ein Sportspiel handelt. Aber okay. Ja, das wollte ich nur kurz hier ankündigen, nur damit ihr Bescheid wisst. Ja, wir sehen uns zur nächsten Ausgabe der Makershow. Und ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis bald.